Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsident. What? Erneut? Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden. Ich werde eine großartige Rede halten. Was ist unser Problem? Wohnungszufriedenheit ist scheiße. Ähm... Ne, anerkennen. Meine Freunde, ihr seid die Auserwählten, für die keine Entbehrung untragbar ist. Wahre Bürger Tropicus, eure Leiden sollen belohnt werden, mit nur noch ein wenig mehr Anstrengung. Euer Präsident, er hört die Rufe der Kranken. Ihr sagt, es gäbe nicht genug Ärzte, um all eure Leiden zu benennen. Bald jedoch sollt ihr die Namen all eurer Krankheiten kennen. Was? Unsere Anstrengungen werden von unseren kommunistischen Genossen unterstützt. Für jeden, was er braucht und von jedem, was er leisten kann. Gleichheit für alle. Alter, was ich an Kohle explodiere, ne? Tabak geht jetzt raus. Gleicher sind als die anderen. Zucker muss raus. Natürlich haben wir auch Feinde. Diese sogenannten Alliierten führen schon durch ihren Namen in die Irre. Ihre Propaganda ist fortschrittlich. Aber uns werden sie nicht täuschen. Lasst uns von der Gesundheit der Nation sprechen. Mehr Ärzte höre ich da, aber das reicht nicht aus. Wir brauchen bessere Ärzte, die für geringere Bezahlung länger arbeiten. Ich danke euch, meine Freunde, denn ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin stolz, Tropicos Präsident zu sein. Stolz! Ich war Tropico. Nicht genug Geld. Das ist kein Problem. Ich kriege schon irgendwoher irgendwen von... Hey, meine Freunde von den Achsenmächten. Wie wäre es denn mit Geld? Danke. 20k reichen mir schon. 20.000, das ist ganz entspannt. Ganz entspannt. Ach, das schmeckt. Das schmeckt. Schön. Schön. Ja, genau so muss das laufen. So, was wollt ihr eigentlich nochmal von mir? Sabotiert Alli... Sabotieren. Alliierte beenden. Nett? Achso, die Handelsroute beispielsweise. Exporthandel, Eier, äh, warte mal, dann... Zucker wollen sie. So wichtig noch. So wichtig noch. Ich mach mal einmal. Alter, das ist alles Zucker. Das heißt, ich werde hier schön Monokultur, Bruder. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Zucker hier. Scheiß drauf auf die... Also jetzt mal ehrlich. Greta kann mich mal. Jetzt mal wird abgebrannt. Jetzt wird alles... Feuer. Monokultur, 25% mehr. Jetzt rein! Rein! Guck mal, wie das Geld fließt. How dare you? How dare you? How dare you stay? How dare you? Jetzt guck mal auf... Oh, guck, 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 was passiert. Guck mal, was passiert. Wenn der Handel floriert und alle zelebrieren. So, Ding. Ich spiel' ein freies Spiel, ja. Unos, freios, spielos. Ich denke, es wird Zeit. Ich hasse das Wetter. Schönes Wetter. Ich wollte gerade das abreißen. Ich muss hier mal kurz, ähm... Ich muss hier mal kurz, ähm... Oh mein Gott. Die Wohnsituation ist nämlich übel bad. Das weißt du, ich werd' das jetzt nicht mal ausmachen. Ich bin mir sicher, dass die Guten... Nein, wir schaffen das schon. Hoffe ich bitte, Ameno! Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch. Ich mach' mir nichts. Ah ja. Zucker, äh, ist einmal rausgegangen. Jetzt hab' ich noch mal Zucker. Ich weiß, dass ihr immer eure... Eine grundsätzliche Gesundheitsversorgung von 52 ist halt insane, oder? Oh Gott, das sieht aus wie ein Altar. Präsidentin zufolge war dies der großartigste und unvergesslichste politische Sieg in Tropicos Geschichte. Wir sind uns sicher, dass der Palast hier nur bescheiden ist. Oh mein Gott. Es kann sein, dass wir ein kleines Problem mit der Obdachlosigkeit haben, Alter. Aber so ein klitzekleines. Ich find' das mit dem Controller ganz gut eigentlich. Ich find' das mit dem Controller ganz gut eigentlich. so ein Slum bauen, so ne, wirklich so ne, so ne, so ein abgezäunter Bereich. Ich glaube, die Kliniken laufen noch auf... Ne, die laufen nicht auf Halbmast. So, wo hab' ich denn hier noch die Kapelle? Ich baller' mal die Budgets hoch. Damit, ähm... Wo ist denn der kleine Laden eigentlich? Wo ist denn der... Hab ich nicht gerade irgendwo einen kleinen Laden hingesetzt? Ich brauche halt die Verpflegung, es ist so eklig, dass ich überall neue Kirchen und so einen Scheiß hinbauen muss, aber es ist so, ja. Ich schaff das auch, glaube ich. Aber es ballert. Okay, wie sieht es eigentlich mit dem Handel aus? Zucker wird immer noch nicht exportiert. Alter, ich habe nicht... Ich kann nicht noch mehr herzaubern an Zucker, ne? Also es ist echt... Weißt du, was wir machen? Wir ballern das Budget hoch. Oh mein Gott, jetzt wird es aber unangenehm. Zucker, die kannst du rausnehmen, exportierst nur Rum. Aber der... Was... Ich kann ja Rum und Zigaretten nicht verkaufen, es gibt ja dafür keine Deals. Also ich bin ja nicht... Ich sehe das... Es gibt ja die nicht. Wenn ich sie sehen würde, würde ich sagen, jo, klar. Mach ich. Easy. Kein Problem. Aber ist nicht. Du kannst nicht einfach so das verkaufen, es ist halt nicht da. Ich mach das mal weg. Ah, da gerade Rum. Ja, Import, aber nicht Export. Alter, da war kein Rum, das war Import, Jungs. Das ist Import. Ich will nicht importieren, ich will exportieren. So, es ist... Zigarren, das kann ich machen. Kohle und Zigarren, Feuer. Das kann ich exportieren. Oh lol, hab ich das... Warte mal... Budget... Hab ich das geschafft? Halt da, das hat geknallt. So... Ich mach mal dieses alliierten Ding jetzt hier weg. Boah, die laufenden Kosten sind so hoch, Alter. Boah, die laufenden Kosten sind so hoch, Alter. U-Boote gegen Submarines. Canal Uno untersucht die unterseeische Bedrohung. Im Anschluss Fischmenschen aus Atlantis. Die wahre unterseeische Bedrohung. An! Will ich das hier vorne hinsetzen? Ist okay. Konto erholt sich. Gott! Minus 10.000, ich guck drauf, denke... Bruder! Ne, ne, die melden sich, wenn die zu viel, wenn die nichts haben. Also, wenn die keine Materialien haben, dann melden die sich. Tatsächlich. Alter, ich exportiere hier übel viel. Ich darf nicht vergessen, dass ich gleich noch einen PC-Key rausreffle. Ich glaub, ich mach erstmal Pause und mach das noch. Also! Ich mach jetzt erstmal einen Break. Da werden ja eh noch drei so eine... Place Merinos als Spielstand. Mal direkt weitermachen. Klavier. Komm schon? Noch einmal. Dann wie willst du doch erstmal eins nicht sein? choğann. Ich wünsche dir den Erzzen. Jetzt. Ich probiere mich nicht mehr. Ich bin einfach. Du bist. Du bist. Du bist. Ne. Du bist.